hallo ihr lieben und damit ein recht herzliches hallo und willkommen zurück hier aus dem ja buckingham palace wir sind ja im buckingham palace im moment wir haben jetzt auch ein bisschen zivilisation getroffen wir haben selbst gemaltes bild made by hand haben wir gefunden wir haben computer gefunden wir haben eine eigene toilette wir haben bild wir haben alles wir hatten ja alles so und dann haben wir noch einen kollegen der sich hier drin selber einsperrt der kann natürlich mehr auf den keks in der formel dann irgendwelchen leichen rum jetzt findet der total schau finde richtig gut ja und wir müssen für ihn jetzt besorgungsgänge machen wir sind jetzt sozusagen ja seine besorgung schlampe sozusagen ja wird noch schwachsinn gelaber das wollen wir mal ein paar zombies wieder umlegen kann nur dass die mich nicht umgehen okay das gehen wir doch gleich mal wo sind wir denn jetzt hier hat gesagt wir müssen hier den oder müssen wir hinten durch hier geht es ja nicht weiter er hat gesagt hier lang die tür zu machen ja noch mal zu sicher ist sicher nicht dass wir nachher wieder kommen und dann war doppelt so viele freunde hier ach das ist das ding mit dem buch ja ich verstehe wo ist jetzt der aufzug das ding was nicht das kann es auch nicht gewesen sein ach da hinten ich sehe schon ach da liegt wieder einer kommst du denn hier die wasser vorhin noch nicht da aber macht er dafür ein groß von arsch auf dem kumpel war da müssen aufpassen die liegenden registriert da nicht ich verstehe das machst du also in deiner freizeit wenn du mal nicht an lächeln rumpobelst können wir da rein ist ein bett ist eine couch zum sitzen so ein fahrstuhl will ich auch haben so ein fahrstuhl will ich auch wo du dich schön hinsetzen kannst das ist ja herrlich ich habe als sanitäter begonnen dann wurde hierher versetzt ja erzähl ruhig weiter ich muss jetzt auch mal ein paar körper einschlagen ich könnte auf jeden fall zukunft wenn wir die lage scannen oder war irgendwas was war da hinten irgendwo okay alles klar die molly hatte dabei hat können wir nicht mitnehmen schade würde aber gerne mal so molly schmeißen das haben wir immer noch nicht gemacht wieder briefe der queen das brief hat die denn geschrieben sag mal die war ja schreibsüchtig oder was das ist ein geheimer gang wohin führt dieser geheime gang bin ja von hause aus neugierig muss das nachprüfen ich habe da oben sowas wie ein safehaus nein nein alter bist du denn bescheuert alter bist du denn bedeppert ey boah kumpel ey drecksmade ey jetzt hab ich mir glatt ein bisschen in die hose gekackt ganz zeitlang hast du hier so eine ruhige musik ey und dann boah nee oh besuch oh ein spucker was ist denn für einer nee nee spucken ist nicht auf kommen wir noch mehr kommen wir noch mehr spuck dir einfach hier durch die gegend sagen wir so bescheuert also wir sind was dabei ok schon mal die lampe ein bisschen hier ist ja hell genug da liegt noch so einer nein alter müssen wir aufpassen vor dem so nein mitnehmen und gnadenstoß ok die schippe hat sich bis jetzt gut bewährt gemacht das auf jeden fall besser als der paddel als der paddel finde ich eigentlich ganz gut wir haben eine gute reichweite aber ich gehe aber trotzdem noch mal so nah ran war wir müssen auch mal scannen vielleicht finden wir hier irgendwas da müssen wir auf jeden fall hin ich würde noch mal kurz zurück gehen ob ich da mal irgendwas vergessen naja kann sein das war da vielleicht dieses komische teil davon dieses äh ccp oder wie das heißt aufpassen dass hier nicht wieder einer auf dem boden liegt ok die leichen wurden weggeräumt ach hier sind wir hier unten ok alles oh da steht einer da liegen auch welche machen wir ok locken wir die nicht her ich weiß nicht wie schnell der ist auf jeden fall liegt da einer ok da lag einer gib mir mal lichtssignal komm du kannst kommen ne der will nicht jetzt jetzt kommt er oh 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 er hat den beat er hat den beat ok ok bis jetzt schlagen wir uns ganz gut obwohl ich gerne Landmine ne die kann ich jetzt nicht hier brauchen bis jetzt sind wir auch ganz gut hier ohne die Brandminen und Monotov Cocktails hier gut durchgekommen ich denke mal bei so einer größeren Zombie Horde oh da liegt noch mal einer ok er wollte noch mal ein bisschen aufbegehren aber keine Chance oh hier liegt noch mal einer so ein Bobby oh der hat ein bisschen Munition dabei sehr gut sehr gut Digga finde ich voll korrekt von dir so wir wollen mal nochmal abchecken was ist das hier der Engel schallt mich Unwissen war die Blöße die euch zuerst peinigte und die erste Plage welche den Menschen heim suchte war das Streben nach Wissen denn durch das Wissen erkennet ihr nicht euer selbst ja oh gut dass du uns dein Wissen mitgeteilt hast find ich sehr berauschend mit dem Klavier was anfangen ne gut dann müssen wir uns wohl doch ins Oberdeck begeben wa ok hier schon mal alles verbarrikadiert den hatten wir ja schon umgelegt ich würde mal gerne ein Stück Kuchen essen dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Platz wir können uns auch eine Coke einpfeifen ein größerer Rucksack würde wahrscheinlich auch mal was Jutet bringen ne komm pfeifen wir uns mal hier so eine Kohle ein auf jeden Fall wieder einen Platz frei ok da fällt mir ein dass sie vermutlich keine Ahnung haben was die Omega Group ist steigen geheim aber das spielt keine Rolle mehr es ist eine Eliteeinheit zum Schutz der Royal Family aber die Seuche hat uns kalterwischt und all die armen Männer die den Bunker bewachen sollen naja irgendwie bewachen sie ihn ja noch so nein kommst du dann ja und dann noch mit Schutzhelmen nur ein Helm auch wenn du mit mir redest oh Gott du bist ja so hässlich ey mach mal den Helm wieder auf komm 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 und jetzt ne doch nicht er hält aber viel aus das war das Special Forces gewesen sein oder was jetzt so es ist nur zu deinem Besten es ist nur zu deinem Besten Bro da hat er noch einen Schokoriegel dabei so jetzt aber mal scannen hätte ich gerne so ein ccp hier gefunden um die Karte zu aktualisieren ja sehr gut da ist nüch sehr gut sehr gut da ist nüch da kommt er hier drüber ja ja der kommt da drüber hey mach mal nicht so hektisch hä 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 oh Gott sei mal nicht so hektisch sei mal nicht so hastig und jetzt geh mal wieder rüber ja 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 puuu Da steht nur ein Bulle rum. Alter, das war ja richtig knapp. Das war ja richtig knapp. Alter. Ey. Ach, das war der mit dem Riegel. Ja, okay. Wie sind die denn hier durchgekommen? Bitteschön. Dann diese Mucke noch dazu, ja? Will hier nicht mehr sein. Oh. Geschützmunition. Ey, was kann man das eigentlich hier brauchen? Club finished. Und die Sache nochmal abscannen hier. Pistolenmunition. Molotow-Cocktail. Theoretisch können wir mal so ein Mully probieren. Da hätten brennt das ja sowieso schon, also fällt das nicht so auf. Haben wir eigentlich ein Mully dabei? Ja, haben wir dabei. Okay. Nee. Er hat hier Spuck, die Sau. Kommt er von hinten? Nee. Der ist tot. Der ist echt verbrannt. Wie geil ist das denn? Das ist echt verbrannt. Aber hier liegen noch ein paar Dote. Ja, super. Die Sekretärin. Die muss natürlich nochmal aufbegehren. Schnauze. Du Vorzimmerdrachen. Ja, schön unter den Rockkicken hier. Ich glaub's ja nicht. Bist du denn für eine perverse Sau? Okay, lass mal den Raum scannen. Aber immer noch kein CCP. Ich weiß gar nicht. Heißt das Ding überhaupt CCP? Ich glaub ja. Dahinter liegt irgendwas. Boah, ein Stuhl. Ey, gut, dass es keine Leiche ist. Mal draufklettern. Plündern. Was ist denn da drinne? Nichts. Ja, super. Fand aus, kommen wir auch nicht mehr weg, wa? Was ist denn das hier? Da können wir reinkriechen. Okay, da tehen wir uns mal noch auf. Oh, wir sind schon wieder bei 17 Minuten. Da vorne sehe ich schon wieder jemanden stehen. Freunde, dann machen wir jetzt hier erstmal Feierabend in dieser spannenden Situation. Ich glaube, ich geh nochmal rüber hier. So. Dann würde ich jetzt einfach Feierabend machen in dieser spannenden Situation. Und ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Oder machen wir das noch? Ne, komm, das machen wir morgen. Ja, gut. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder mit dabei. Gehabt euch wohl. Bleibt vor allem gesund. Freunde, bis derweil. Tschüss.